ich weiß halt nicht was das ist dann bleibt einfach das unterstück weg 1 2 3 4 5 6 7 ok ist inzwischen meine kasse wieder besetzt ich muss hier den laden füllen und ihr macht hier nur mist so jetzt müssen wir gucken weil natürlich durch diese wahl der tiefkühl sachen jetzt mein platz deutlich weniger wird müssen wir mal hier müssen wir schon ein bisschen aufpassen ja aber hier gibt es auch nicht so viel fried chicken onion rings ich sag mal wir können ja hier vielleicht das andererseits haben wir auch platz natürlich ich würde sagen wir platzieren erstmal das gemüsezeug wo machen wir denn unsere gemüseabteilung hin das ist die frage weil ich würde gerne wie möchte ich mir wo möchte ich mein gemüse hin haben normalerweise ist das gemüse ja am eingang ne ich sag halt wie es ist es ist nicht einfach ja ich würde sagen wir packen das gemüse auch einen eingang so wie das wir machen es doch klassisch und dann werde ich auch die ich packe das erstmal nach hier dies sowieso dann müssen wir mal gucken wie wir das machen um Hm. Oh, ich bin es nicht gewohnt, dass ich zu wenig Geld dabei habe. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ein Mitarbeiter ist unterwegs, ich höre das, wenn du missbaust, dann müssen wir gleich mal den Laden umbauen ein bisschen. Dann möchte ich, ich möchte auch, dass das ein bisschen sortierter ist alles, ja. Mach Torsten, du kannst jetzt nicht Pause machen. Ich bin ja schon da. Ich bin ja einfach komplett leer gekauft, ne. Es ist einfach nichts mehr da. Ja Leute, ich bin ja schon am, ich bin ja schon am Auspacken, ich bin ja schon dabei. Hi. Entspannt euch. Und dann muss ich ganz dringend, wie gesagt, das Ladenkonzept nochmal erweitern. Also beziehungsweise, der Laden bekommt nochmal Kohle. Ähm. Und dann kann er nochmal, ähm, richtig schön groß werden. Es tut mir echt leid, ich muss das auspacken, Leute. Torsten, du machst nicht um 20 Uhr Feierabend pünktlich, oder? Du machst nicht pünktlich Feierabend. Du machst nicht pünktlich Feierabend. Ja. Wir sind eh ausverkauft, ihr dürft bitte, ähm, jetzt aufholen reinzukommen. Das ist alles ausverkauft, Tatsache. Was ist denn? Ach, das ist irgendein Knopf auf meiner Maus, ich weiß nicht welcher das ist. Und ich weiß nicht warum. Auf zum Büro. Ja, haben wir alles weggekauft und Minus haben wir auch noch gemacht. Weil wir die Regale gekauft haben. Das finde ich aber gut, dass da nichts ist an meinem PC. Ja, und jetzt habe ich natürlich vier Vorschussgespräche direkt, ne? Ja, dankeschön. Danke, Leute. Ähm. Wisst ihr ja, ich stelle euch sogar ein. Wenn ihr wollt. Denn finde ich gut. Aber schon wieder nicht Kasse dabei. Warum keine Kasse? Ich brauche Kassierer, Leute. Ich habe eben meinen Sicherheitstyp sich schon an der Kasse an die Kasse beordert, weil es anders nicht ging. Ich brauche Menschen, die... Ja, Kasse! Oh. Du hättest auch billiger gearbeitet. Na ja. Gut. Ähm. Ich war von deinen Kassierfähigkeiten zwar nicht so beeindruckt, aber ich wollte sie haben. Äh. Oh man, ey. Du bist deutlich teurer als die andere. So. Kasse! Ja! Das ist gut. Direkt zweimal Kasse. Machen wir aber erst gleich richtig erst gleich ein. Ich denke, wir bleiben morgen geschlossen, damit ich in Ruhe umbauen kann. Ähm. Machen wir das auf jeden Fall. Obwohl, ich mache das jetzt schon, so vergesse ich das. Also, du bist... Sicherheit. Wann habe ich denn Sicherheitspersonal da? Okay. Das ist mir zu blöd. Das machen wir morgen. Ist gut. Dann gehen wir mal raus hier eben. Tag beendet. Dann brauchen wir zu. Jetzt gehen wir zur Stadt. Denn der Laden braucht Kohle. Sonst wird das mit dem Umbau nämlich schwierig. Und danach müsste der Laden eigentlich genau wie alle anderen von selber laufen. Und ich kann mich dann mit euch auch mal in andere Läden... Nein! Der Laden braucht Kohle. Ich muss erst das Hauptquartier, damit der Laden vernünftig laufen kann. Ähm. Ja. Wer geht nicht ins Hauptquartier? Ach ja. Wie gut, dass er nicht speichert, wenn man dann einfach an mein Hauptmenü geht. Dann verliere ich keinen Tag. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Ladeninformationen ja einzahlen. Ähm. 150.000 sollten eigentlich reichen. Der Kunde hat immer Rechtsstand da gerade, das stimmt nicht. Bei mir nicht. Guck mal, wir machen sogar schon Plus. Unser Laden macht Plus. Unser Laden macht Plus. Wupp wupp. Aber wir bauen ihn jetzt um. Dann macht er nur noch Minus. So. Let's go. Also auf jeden Fall möchte ich bitte die Artikel hier alle weg haben. Weil mir das zu, ja, ungeordnet ist, ja. So. Und ich möchte, dass diese Regale, wir könnten eigentlich so einen richtig crazy Supermarkt bauen, ne. Mit so richtig schön schrägen Regalen. Ent心. Show ich dich auch mal. Oh. No, das war ein, was ich jetzt schon mal genug. Komm mal gut. Let's auch. Deine Äpfle. Maier Klopp. Dicke. Ich mag mal. Okay. Keine Angst, das bleibt dann nicht so stehen. Die Frage ist, möchte ich das so haben? Oder möchte ich das so haben? Andererseits könnte ich auch die Wand nutzen, ne? Hm. Wie viele davon habe ich? Eins, zwei, drei, vier. Okay, okay, okay. 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 Ich kann ja so Quadrate da draus basteln eigentlich, ne? Aber die dürften dann nicht so an der Wand stehen. Das sieht natürlich doof aus. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich die platzieren möchte. Aber, ähm, wir tun die erstmal hier hin. So richtig schön an die Wand bitte einmal. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir so schräge Quadrate bauen würden. Ich glaube, das machen wir auch. Aber dafür möchte ich erstmal die Gemüseabteilung fertig bekommen hier. Unsere Reinigungsabteilung da hinten, die bleibt auf jeden Fall genauso wie sie ist. Ähm, nur weil der ganze Rest nicht. Also ich habe ein Bild im Kopf und ich weiß nur nicht, ob ich das hinbekomme, ja? Meine super langen Arme haben mir mal wieder geholfen. Ich habe noch einen Artikel, wir waren nicht ganz ausverkauft. Oh, Mann. Ich gehe einfach nach da hinten. Ist auch egal, wie ordentlich das da hinten aussieht, das bleibt ja sowieso nicht da so stehen. Nur, dass ich das halt schöner fände, wenn wirklich das Gemüse, wenn man so von was Frischem begrüßt wird, ist glaube ich an sich schöner. Und wenn dann der Supermarkt auch noch ein bisschen mehr System hat, als das, was wir da gebaut haben letztes Mal. Das ist ja vielleicht sogar noch schöner. Ähm. Ähm. Boah, wie viele Regale wir doch eigentlich schon haben, ne? Das mir einfach nur nicht so auffällt, weil ich so denke, so... Ja... Das waren ja nur so drei Reihen, aber das waren ja Doppelreihen jeweils, ne? Das ist schon ganz schön... Wir haben schon ein ganz ordentliches Sortiment, ja? Ja... Sooo, gleich sind wir fertig. Äh, zumindest mit dem ersten Teil. Weil wenn ich, Leute, ihr müsst wissen, wenn ich was mache, mach ich's halt gleich richtig. Und so bin ich halt absolut unzufrieden. Wie kann da nicht platziert werden? Der Laden bleibt übrigens genauso, wie ich ihn jetzt gerade baue. Aber... Jetzt wäre es richtig. Und war schön, dass du über einen, äh, Next Level Laden singst, ja? Finde ich gut. So, let's go! Gemüseabteilung. Wollen wir sie doch mal bauen, ja? Schön, wenn du reinkommst, von was Frischem begrüßt werden ist doch, denke ich, ganz okay. Und hier... Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier... Essen, Gemüse... Das Problem ist, ich darf es mir halt nicht zu schwer machen. Das nachzubauen, ja? Aber ich glaube, Gemüse, weil das so viel ist... Und da ist die Frage, ob das rechnerisch muss ja passen. Okay, warte mal. Vielleicht gibt's die Gemüse, finde ich glaube ich sogar noch cooler in so... vier Ecken... zu platzieren, als... den anderen Kram. Ja. Das Problem ist nur, dass das natürlich so nicht geht, ne? Und dann binden muss es natürlich... So... geht der jetzt falsch, oder? So, oder? Nee. Hä? Einer von denen ist falsch. Der hier ist falsch. Dann ist der hier aber auch falsch. Ja, so passt es. Wie viele davon brauche ich jetzt? Wollte es noch jemand? Ich glaube sieben Stück, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie... Das kann ja jetzt lustig werden. Warenaufsteller, Lebensmittel, Essen, Gemüse. So, von der Ecke... Boah, ist das doof, eh. Ähm, wie mache ich das denn, dass die auf einer Höhe sind? Muss das so Augenmaß sein? Da fehlt mir noch ein Tun, um ehrlich zu sein. Das finde ich ein bisschen schade. Weil ich kann die ja jetzt schlecht auf einer Höhe platzieren irgendwie. Warte mal. Die Ecke berührt genau das Ding. Dann müsste es so sein. Ich save eh falsch, aber ist egal. Okay. 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 Das passt doch nicht. Mein Plan geht nicht auf. Ein Reihe, zwei Reihen, drei Reihen, vier Reihen. Das Problem ist, es brauchen noch drei Reihen und ein Kreis deckt aber immer zwei ab. 2.11 Uhr. Das Problem war... um Was mein' ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4 Reihen. 7 Reihen hab' ich. Das heißt, 3 Reihen bleiben. Das heißt, ich hab' noch 6. Und den Schein übrig. Ich könnte natürlich auch einfach nochmal 4 Sachen abbestellen, ne? Mal gucken, was würd's denn bei uns nicht geben, wenn ich nochmal 4 wegmache? Gnüse. Da würd's irgendeine coole Frucht bei uns nicht geben. Das will ich nicht. Die coolen Früchte müssen bleiben. Ja. 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 Ja.